Profit beten, rettet Leben. Weil die sind ja jetzt alle da. Aber an denen müsste ich mich jetzt vorbeischleichen können, oder? Einfach da rein und den hier drinnen abschlachten. Ja, der ist wieder so speziell. Aber ich brauche mich zusammen, aber nicht. Der Maximal verbrottet mit ihm durch. Ja... Ah ja genau, ich wollte eigentlich... Oh verdammt, er hat gar nicht durch... Ja, schade. Dafür hat er können Stunmen noch mehr. Also ja, er ist immer so speziell. Ich wollte ja eigentlich auch den hier machen. Den Schnetzler? Ja. Den wollte ich mal ausprobieren, aber erst wenn ich meine Hundis wieder habe. Ich habe hier mit denen jetzt eh verbrottet, aber ich glaube, das waren die. Wahrscheinlich. Okay, okay, ich kann jetzt da den absolut sicheren Weg durch das Kanonfall gehen. Hurra! Ah, da hinten ist los. Ah, die da oben wieder. Okay, irgendwo hier müsste das doch gewesen. Ja! Ich glaube, ich bin jetzt schon wieder... Irgendjemand nach vorne? Ja. Da? Ja. Aber da bin ich nicht lang gegangen, oder? Doch, bin ich. Da bin ich. Ich bin jetzt noch nie. Ach du Scheiße. Äh... Was ist das, wenn ich hier einfach drauf hau? Äh, rauf geh? Oh, ich hab nicht gemacht. Zu denen komme ich nicht hin. Nein, zu denen komme ich nicht ganz hin, oder? Doch, nur hier. wo bin ich denn hier? wo bist du? du bist hier! das war da hinten, das war das hintenrum, das eine, aber die sind mir, die machen mich kickboxing und ich sind die jetzt nicht. oh god, kann das nicht. der hat es geblockt. wir sind den helm weg gesnaped. einer. okay. oh god. okay, da unten waren die, waren es noch ein paar, die ich damals kickbox gemacht habe. oh, die sehen mich natürlich. ich glaube auch. ich habe gerade den kickbox gemacht, ja auch mit der herzen schlagen. das war knapp. ich habe doch den genull durchbruch. ich dachte mir doch, dass da noch einer auf mich gebetzt hat grad. ja. so. wo sind die ganzen? irgendwo hinter dieser gruppe an menschen da wieder. da hinten liegen sie, oder? ja. aber da war diese gruppe an menschen, die sollte ich auch auf jeden fall ausschalten. ich glaube da. die sind schon dran. das waren die zwei nämlich, das war der, den ich da nieder geschossen habe, wie er sich die gegend angeschaut hat. da ist jetzt einer, zu dem ich nicht ganz gekommen bin, weil ich wirklich, der hat mich schon. der ist da im Kars, das ist der Seitenhainz. der ist da im Kars, das ist der Seitenhainz. ich kann nämlich der so genau sehen überhaupt. du hast ihn auch genau gesehen. naja, so genau war das nicht. nicht. aus sicherheitsgründen sollte ich echt ein elixier trinken, aber... da sind aber auch noch ganz viele Sniper. der ist da lang gegangen. direkt vor ihm sind meine Sälen. wirklich genau vor ihm. ja. ja. Ja Das war's für heute. Naja, ich hätte nicht geglaubt, dass du es hinlegst, wenn ich auch noch einen Snipers bekomme. Was heißt alle? Das war einer zum Glück nur. Aber ich glaube, ich kriege jetzt nicht die anderen Snipers hin. Ja, jetzt haben mich alle. Ah, ich bin nicht im Baumschutz. Ja, ich bin nicht im Baumschutz. Oh Gott! Ich stirbe einfach. Schande. Okay, fahr dir in Blüten. Oh Mann! Eigentlich bin ich gestorben und wir haben nicht gut gewechselt. Ähm... Ja, was mache ich hier? Ich wollte den hier. Das mache ich Schnetzler. Da vorne. Okay. Kann ich hier luten. Okay. Kann funktionieren, wo irgendein Block kam. Okay. Kann funktionieren, wo irgendein Block kam. Ich schau mal kurz die Kanonen aus. Ich trau dem ganzen Zeug hier nicht. Komme ich hier zu den Kanonen? Buddy. Ah, da noch ein Buddy. Ich will eigentlich nicht zu den Kanonen. Ja da, den Weg muss ich. Nicht unten, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh, das sind noch viel mehr. Na, aber schau. Wenn ich da recht darauf gehe, würde ich da zur Brücke kommen. Und dann wäre ich hier, oder? Oh Gott. Dahinten sind ja auch welche. Das Gebiet ist viel zu groß. Ja. Ich geh doch einfach so luten. Okay. Da. Na, du kannst den da dienen. Nee. Was ist denn du da? Ich habe schon eine Wendt, die Fähigkeit von Pupup gekriegt. Ach Gott. komm, funktioniert noch alles? Hilfe Hilfe Wo zur Hölle bin ich eigentlich? Da ist noch einer Aber das ist kein Feind Okay, das ist kein Feind Ich glaube das sind deine Leute, die hier einfach schon vor sich hinweg getunnt Super Krieger habe ich hier Oh Shotgun Jetzt kann man irgendwie hinten rum Genau das weiß ich leider auch nicht Ich habe keine Ahnung wo ich Wo genau ich bin Irgendwo hier Oh Ah 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 Da ist das Haus Und da hinten ist unser Schrein Das heißt man kann da Und dann sich da rechts halten Ich will keine Orientierung mehr Wenn ich sterbe einfach rechts halten So und dann kann man jetzt hier hinten rum Und sich auch weiterhin wegzeugen Und sich auch weiterhin wegzeugen Au Passt ein bisschen auf mit diesen Kanonen Die sind gefährlich Leute Ist er sonst noch Blut? Ist er sonst noch Blut? Okay, da war das meine Battlefleet Und dann Und Okay, passt Ei professionals Ich glaube ich habe hier im großem Feld alles Blum, 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 blum Werd nicht erwischt Lauf und werd nicht erwischt Hat funktioniert. Das ist überhaupt nicht verwirrend hier. Überhaupt nicht. Gehen wir hier durch. Ist hier jemand? Da ist jemand. Der schaut sich nicht leid an. Wir erleben. Ich vergesse nicht, dass wir jetzt wahrscheinlich auch schwächer geworden sind. Wir machen Schnäpze. Wie machst du das denn? Ich bin mir nicht mal sicher. Doch, wir sind schwächer geworden. Schwächling. Tod durch Explosion. Es würde sicher unglaublich viel Ruhm bringen, wenn wir jetzt diesen Schwächling besiegen würden. Hä? Da ist doch... Oh, warte, der ist ja schon aktiviert. Der hat meinen verdammten Brunnen aktiviert. Das ist mal... Dort ist Schwächling, hier ist Feigling. Ich glaube, das war ein normaler Bürger, der das sagt. Ja. Ja, tut mir auch leid. Okay. Da haben wir bald, glaube ich, alle. So, einen muss es noch mindestens geben. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr mitgekämpft. Ich muss bis die geändert. Kann doch auch ein Rohr. Oh! Da hinten geht Axtmensch. Halb Axt, halb Mensch. Hast du wirklich noch immer Muni? Dafür geht uns mit dem hier so gut wie nie das Stamina aus. Ah, da hinten war noch ein... Alter, wer ist das überhaupt? So, durchroll dich. Also, wollen ist hier vielleicht etwas übertrieben, aber... Wir machen mit dem schon ein glückliches Schnetzel. Wir machen mit dem schon ein glückliches Schnetzel. Das war er ja nicht. Vielleicht hat er ihn gesehen. Vielleicht sind wir schon ziemlich am Ende. Und deswegen hat er es gesehen. Der bei der Kanone hat mich. Ich komme doch nicht rein. Ich komme doch nicht rein. Wo hast du denn einen Eingang? Nirgendwo. Luka. Ah, ist ja ein Arschloch. Ja, ja, du hast mich getropiert. Sind das meine? Habe ich einen Hälter? Habe ich einen Hälter? Gibt es das? Da unten ist schon wieder ein Flachenmensch. Ich würde gerne jetzt erstmal die Kanonenmensch hier oben ausschalten. Das geht nicht. Oh. Der da unten sieht mich, glaube ich, eh nicht. Oh Gott. Wir können das auf dem Turm schalten. Das ist doch nicht. Ach Gott. Was hast du gemacht? Was ist denn gekickt? Das ist doch nicht. Was ist denn gut? Ich bin bewege. Oh Gott. Ich bin eher ein Jäger. Und ich bin auch ein Jäger. Ich bin nur ein Jäger. Und ich kann das jetzt noch. Ich bin nicht in dieser Zeit. Ich bin aber auch Anti-Jäger. Ich bin nicht in der Nähe. Ich will nicht sterben, ich will auf keinen Fall sterben. Und verdrück mich. Oh, hallo. Ja, kletter doch auf den Turm. Ist sicher dort. Du hast es mir vorgeschlagen. Ah, der kann dann von hier rauf, okay. Jetzt hanken. Ich mach weiter für euch, Leute. Krieg. Nee, ist uncool, gefällt mir doch nicht. Party? Da geht der eine seiner Runden. Hier ist Mr. Kanone. Das ist auch der, der, glaube ich, auf mich geschossen hat mit seinem Gewehr. Und da ist ein... Party. Das meinte ich nicht, ich meinte das fast von ihm. Party. Ein fast Schwarz-Pull-Hover direkt neben ihm. Wie kommst du zum Body? Ähm. Oh. Versuch's! Er hat versucht. Body. Warte, hier ist noch einer. Weg damit. Mein Gott, Schwarz-Pull-Hover ist gefährlich, Leute. Das ist ja witzig, wenn du jetzt so ein Kistenhüpfer wärst. Ja. So, hier. Party. Und wir haben alle. Wir können endlich in Ruhe sterben. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Gibt's hier überhaupt noch was? Gibt's hier überhaupt noch was? Geh schon wieder in Wasser. Ah. Schreien. Warte mal. Will ich den vielleicht gleich machen? Der ist in der Sackgasse. Den mache ich gleich. Das hatleigh von Fuitiful contemptoren. Okay, danke. Kuderben. Damit bin ich ja ganz gut. jornalisch. Aberいつ التي anêtre bist.